Ja, das vorletzte Match auf der offiziellen SummerSlam Card war dann das Mixed Tag Team Match. Dolph Ziggler und Caitlyn gewannen gegen Big E Langston und AJ Lee via Pinn nach der Zigzag von Ziggler am längsten. Ja, ich gehe jetzt nicht noch mal darauf ein, ob Big E wirklich den Langston hat. Das klang gerade ein bisschen wie am längsten. Am längsten. Ja, sind die Fäden vorbei. Wie geht es weiter für die Beteiligten? Wie fandet ihr das Match? Ja, also Fäden würde ich eher sagen, würde ich sagen, das geht doch weiter, weil bei AJ gegen Caitlyn, da hat man ja noch Layla, da kann man ja irgendwie noch so eine Verbindung irgendwie hinkriegen, weil das ist ja auch eine Freundin, die gegen Caitlyn geturnt ist, für längsten halt, wie du gesagt hast, dass er eventuell für Paul Heyman arbeiten könnte. Ähm, ja, Ziggler soll ja gegen Dean Ambrose antreten, da hat man ja auch schon am Montag den Grundstein gelegt, bei dem, äh, Handicap-Match gegen The Shield. Ähm, ja, Caitlyn halt gegen AJ und Layla. das Match selber, ähm, war jetzt ein bisschen besser als das Einzel-Diven-Match und ein bisschen schlechter als, äh, die Pre-Show. Ähm, war kurz, ähm, wenig Action der Frauen, also das würde ich eher sagen, und, ähm, von den, äh, Kerlen, da kam eher nur der Finisher am Ende und, äh, halt, ähm, am Anfang so ein bisschen, aber, ne, besonders war jetzt in dem Match jetzt unbedingt jetzt nicht, dass man sagen muss, okay, ich guck mir das jetzt an. Aber, ähm, soll AJ nicht jetzt gegen irgendeine von den Total Divas Pärchen fehlen? Ja, ich wollte auch gerade Claudius dreimal kaputt nehmen. Aber, dann hat man das jetzt praktisch ohne finales Einzel-Match, sozusagen, das war das Finale-Match. Ja, AJ gegen Caitlyn gab's ja jetzt schon zweimal bei Paper Youth. Ja, aber es gab ja jetzt, ja gut, man hat's natürlich geschickt gemacht, indem man die Entscheidung von den Männern hat austragen lassen. Ja. Und damit Caitlyn nicht nochmal gegen AJ gewonnen hat, um jetzt dann nochmal ein Match zu fordern, aber. Ich fand, einige Dinge hier bezeichnend, also, zum einen war das Match genau dann gut, wenn die Männer drin waren, und, äh, wenn Caitlyn und AJ drin waren, war's leider, um Gottes, irgendwie ein typisches Damen-Match, oder? Also, davon gefiel mir ihre Einzel-Matches wirklich besser. Es war nicht so gut wie bisher. Ich würde das tatsächlich, äh, auch so wie Claudius sehen, ungefähr so wie das Frischow-Match. Da muss ich drüber streiten, auch ein bisschen schlechter. Ähm, und zu Claudius Vermutungen, die kann ich noch in weiteren Teilen zerstören. Und zwar in Sachen Lela, ähm, habt ihr Battle Raw gesehen? Ja. Ja, auch das Dieben-Match. Ähm, was fiel euch bei diesem Dieben-Match auf? Ähm, das hab ich geskippt, um ehrlich zu sagen, bis zum Ende. Äh, okay, dann sagen wir mal so, ähm, es war Cameron und Omi gegen, äh, nee, gegen, doch, gegen AJ und Lela. Äh, das Match haben eigentlich zu 95% bestritten. Ja. 99% eigentlich. Was nur am Ende war AJ angepasst. AJ und Naomi. Cameron wurde, ich glaub, gar nicht eingewechselt, weil sie scheiße ist. Ja. Und Lela wurde nur fürs Finish eingewechselt. Ihre einzige Aktion war das Ende. Ja, das war aber mal richtig verbotscht. Ich hatte da das Gefühl, dass der Einroller noch gar nicht kommen sollte, sondern irgendwie die, sie die Schulter nicht hochgekriegt hat oder irgendwie so. Es sah ganz komisch aus. Ich hab das Match vorher nicht gesehen. Ich hab nur 10 Sekunden vor dem Finish ungefähr eingeschaltet wieder. Weil man wohl mittlerweile gemerkt hat, dass Lela im Ring zackt. Ja, also sie hat... Mittlerweile hat man wohl gesehen, dass sie seit ihrer Verletzung kein Bein mehr auf die Gerne bringt und richtig, richtig schlecht ist. Und, ähm, wie man so hört, soll das Montag, ähm, dieses Take-Team-Match auch der Beweis dafür gewesen sein. Lela wird nicht mehr gepusht. Weil es kein Grund ist, weil sie einfach schlecht ist. Das, daran hat man uns gesehen, dass Cameron und Lela gar nicht dieses Match bestritten haben. Ja, sie sind halt gut dafür da, sich hinzulegen. Ja. Aber, ja, also wie, also zu Lay-Cool-Zeiten war sie auch im Ring nicht schlecht, aber diese Knieverletzung damals, die wurde ich, drei Vierteljahr oder was hat sie da aussetzen müssen, ne? Ja. Also, und seitdem ist wirklich... Sieht man auch an diesem ganzen, dieser komische Springboard-Crossbody, den sie da immer zeigt. Ich glaub, den hat sie noch nicht einmal wirklich sauber auf der Kette gekriegt. Weil sie kann natürlich daran liegen, dass sie vielleicht auch einfach Angst hat, das Knie voll zu belasten und da mal ein bisschen Risiko zu gehen. Ich weiß es nicht. Aber der Mofi ist ja scheiße. Ja, natürlich ist der scheiße. Das ist genau wie bei Kofi Kingston, wo er drei Schritte macht, bevor er abspringt. Das ist immer das zusätzliche Schnörkel, was überhaupt nicht nötig ist und deshalb, ja. Was auch der Aktion gar nichts bringt. Ja. Also, Lela würde ich auf jeden Fall nicht mit dem Push rechnen, da hat man jetzt mitbekommen. Also, sie scheint einigermaßen, also sie soll, man hat sie geturnt wohl, mehr oder weniger, um sie zu EJS Sidekick zu machen, so ein bisschen. Aber ich glaube, große Pläne gibt es da nicht. Dementsprechend wahrscheinlich auch nicht für Catelyn jetzt in nächster Zeit. Eigentlich war es ja auch nur dazu da, um Catelyn noch ein bisschen mehr jetzt sozusagen die alleinige Kämpferin darzustellen, schätze ich mal. Sie hatte mit Lela ja ihre Freundin und die hat sie dann auch noch hintergangen und Catelyn stand dann ganz alleine da, von allen verlassen und im Stich gelassen auch, ja. Mutter Dolph hält noch zu ihr. Ja, hält er denn zu ihr? Haben die da was am Laufen? Wird sich da was entwickeln? Mal wieder? Nee, ich glaube, das ist jetzt erledigt. Gemeinsamer Feind und so. Ja. Ja. Ich glaube, viel mehr gibt es da jetzt auch gar nicht zu sagen, oder? Nee, ich würde es auch ähnlich einordnen wie, ja, ich habe die Pre-Share nicht gesehen, aber ich verlasse mich da auf euch. Also, ich fand es deutlich schlechter als Rose gegen Sandow und das war ja ungefähr die gleiche Matchzeit. Ja. von daher, zwei Sterne. Zwei ein Viertel vielleicht. Kann man, denke ich, geben. Mehr sollte es dann aber auch nicht sein. Ich würde auch sagen, also, ich würde es durchaus vergleichen mit dem Pre-Show-Match. Vielleicht tut man da sogar dem Pre-Show-Match ein bisschen leid, aber ein bisschen, ein bisschen unrecht. Aber ich denke, trotzdem zwei Sterne. Ich fand das jetzt nicht so berauschen, deswegen, also, ich fand das Pre-Show-Match sogar besser als das Match. Auch von der Zeit her auch, aber das ist ja nebensächlich. Ich würde dem Match vielleicht ein, drei Viertel geben, vielleicht zwei Sterne, wenn man gut gelaunt ist. Okay. Noch irgendwelche Meinungen, Ansichten, Hoffnungen, Träume? Nein. Okay. Alles entscheidende.